Hallo und herzlich willkommen beim Hochschulsport. Wir befinden uns gerade in der Lotto-Otto-Sporthalle der Hochschule Mittweida. Momentan läuft unser Bodyshaping-Kurs. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der Nutzung der Sporthalle für Lehrveranstaltungen können wir ab dem Wintersemester für Sie ein begrenztes Angebot unterbreiten. Ab dem späten Nachmittag laden wir Sie recht herzlich zu unseren Fitness- und Gesundheitssportkursen an, wie Zumba, Yoga, Bodyshaping oder Qigong und viele andere ein. Als Geheimzip gelten unsere Kanu-Kurse im Sommersemester an der Teilsperre Krippstein. Und außerdem das sportlichste Modul an der Hochschule Mittweida heißt Gesundheitslehre und Bewegung. Das Modul wird im Rahmen des Studiums Generale angeboten und beinhaltet Sportpreise-Seminare mit begleitender Geltnisvermittlung rund um Gesundheitskompetenz. In dem Anbau an der Lothar-Auto-Sportthalle können Sie unseren Fitness- und Gesundheitsbereich besuchen. Der Kraftraum ist mit modernsten 3D-Geräten ausgestattet, aber auch ein kleiner Kardio- und Freihandelsbereich ist dabei. Alle Informationen rund um die Anmeldung und Teilnahme finden Sie an unserer Seite sport.hs-mitweida.de. Kommen Sie zum Hochschulsport, lernen Sie neue Freunde kennen, haben Sie viel Spaß bei körperlicher Aktivität, schaffen Sie sich einen Ausgleich zum Studienalltag. Haben wir den letzten Satz bitte nochmal? Ja, weitermachen! Ja, weitermachen!